so freunde willkommen zum mythischen titan ifrit und bevor wir da reingebichten mal mal zeigen hier ne vergesst nicht da drunter ist finde rekruten 2 mit truppen münze das noch mal so nebenbei es ist halt einfach zu viel für die leute dass sie das nicht verarbeiten können wobei ich tatsächlich sagen muss ganz am anfang da hatte ich alles schön sortiert dann habe ich das spiel geschlossen habe bei laien gesehen dass ich einer sich beschwert hat dass das untereinander ist hat mir gedacht okay bei dir war das so nicht so gegen spiel auf einmal war es so ich weiß nicht ob der der spieler mich verflucht hat oder so war ich meine das war am anfang bei mir nichts aber ist auch egal gehen wir rein aktuell rang 54 von uns okay wir haben sechs angriffe in zwölf minuten gegen wir noch weitere drei kann gut sein dass wir dann alle neun an einem stück machen und dann bin ich auch eigentlich immer durch ja also ich mache meistens nicht mehr als neun angriffe weil mir es einfach keinen spaß macht und weil wir meistens immer in der lage sind dann unsere platzierung zu erreichen und ich mit meinen neuen angriffen sowohl beim beim besten beim top angriff in top 1 bin und mit gesamt ergebnis auch in top 1 bin also naja gucken wir mal jo da sind die ganzen leute die alle ihre doppel pengis haben mit glenda oder himeros das ist nichts neues mehr wenn wir alles ne weil das sind auch dann guck mal jetzt mal ne das sind halt wirklich dann speziell für dieses für für mythische titanen die helden gedoppelt limit break ne athena wer 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 würde heutzutage noch eine athena überhaupt limit breaken wahrscheinlich also wenn man in der kategorie spielt wo diese spieler spielen ja die würden doch im leben nie eine athena doppel limit breaken die haben doch alle anderen neuen helden ne und da siehst du halt einfach diese diese dieser fable dafür dass dieser mythische titan sie da halt was 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 machen wollen ne da siehst du halt das auch und dann siehst du halt auch die gleichen helden der ist interessant den würde ich wahrscheinlich auch im leben nie doppelt limit breaken ne aber die leute haben halt die limit breaker gekauft ich meine es kommt ja auch nicht von ungefähr departed gipsi fighting squirrels gipsi gipsi okay er fehlt ein bisschen raus hier haben wir dann delkem von team korea aber ne du siehst dass oh schön palm fiction müdlicher titan ne da sind wir wieder bei der sache aber du siehst es sind es sind die top leute die top allianzen mit den top leuten ne ja glops natürlich das ist halt krass der typ ja türme events mythischer titan du hast du das gefühl wenn er will dann gewinnt er das wenn er sagt naja ich chill mal ein bisschen ich lass mal andere gewinnen dann können andere gewinnen aber du hast halt ich hab das gefühl entweder wenn glops wenn glops möchte dass du gewinnst dann gewinnst du wenn glops aber gewinnen will dann gewinnt er egal welche umstände so jo ähm rot ist natürlich absolut gar nicht meine lieblingsfarbe null ja ich kriege bei roten titan bei normalen titan wirklich notorisch echt scheiße wirklich das ist das ist echt nicht mehr feierlich was ich da vorgesetzt kriege tatsächlich und wir müssen halt mit billig helden spielen ja das heißt das wird ähm ein wahrer krampf so warte mal wir müssen erst mal unsere athena holen die weder emblemen noch limit break hat so da geht schon mal los eine komplett nackige athena wenn wir schon mal hier sind können wir auch unseren komplett nackigen jot holen dann sind wir schon mal gut vorbereitet so und jetzt holen wir uns den elementaren defense down das wird dann frieda sein die im endeffekt ja auch nur bedingt zu gebrauchen ist hat keinen limit break und jetzt können wir noch gucken ob wir einen angreifer nehmen und da haben wir halt dann im angebot sobek wobei ich würde hier tatsächlich sogar ähm athena jetzt mitnehmen und dann tatsächlich auch achso naja ne gut magni ist halt so ne sache magni kannst du halt auch nicht so geil mitnehmen weil er macht das nur gegen spezialfähigkeiten ich meine wir werden häufig feuern ja aber ähm so defense down für steine macht er nicht selimene macht den weißt du das eigentlich könnte man mal eben gucken ja sie macht einen höheren defense down aber selimene ist die alternative ich würde jetzt erstmal hier wahrscheinlich miriam mit dem attacker ja wir müssen uns da echt dann was zusammenbasteln ne also ich würde jetzt erstmal sagen so das ist jetzt das team mit dem wir reingehen ja da ist das gescheiße das wird halt grausam aber weißt du was scheiß drauf hier würde ich mir sogar zutrauen nicht die top 1 zu schaffen beim höchsten angriff ja sag ich ganz ehrlich sag ich so wie es ist das da habe ich echt meine meine zweifel tatsächlich dran und die anderen kriegen wir da locker ja wir machen das erst mal wir machen erst mal drei angriffe in der konstellation und dann gucken wir weiter wir machen das an so dann äh machen wir aber direkt mal ihn an so ja und kombos sind schon mal on fire finde ich gut ja mit kombos läuft schon das ist alles so wie immer oder ich meine ja nur ich meine ja nur ich habe das Gefühl der titan das läuft wie immer ich verballer meine items und am ende kriege ich null kombos und es passiert irgendwie nix also sag mal ähm ich weiß nicht so recht ja wo sind denn hier die kombos und so von denen man immer hört wo sind die denn aha der war ja schon mal schön machen wir den jetzt mal naja ich sag mal so ähm hätte jetzt auch schlimmer kommen können ja so schlecht ist es ja gar nicht ich habe ja echt gedacht das wird schlimmer werden wenn ich ehrlich bin ach scheiße ich habe nicht gesehen dass es noch drei sekunden waren also ich würde mal sagen dafür dass ich gefühlt wieder null kombos hatte null war es eigentlich in ordnung aber gib mir jetzt einfach nur mal ein paar mehr kombos dann könnte man da vielleicht gegebenenfalls ja auch mal was auch mal was schaffen sonst mal luki luki machen so die schwachstelle ist jetzt nicht an einem perfekten platz aber ist in ordnung kann ich erstmal so mit leben ich will mich ja auch nicht wieder über alles beschweren also lassen wir erstmal die schwachstelle außen vor ja das war das war schön das war schön okay was wir machen den einmal hier mal gucken okay da ist nix machen das nochmal an und gucken jetzt mal dass wir vielleicht den blauen dann auch mal irgendwie naja warte mal wir machen das so vielleicht bewegt kriegen das war eigentlich jetzt sehr schön jetzt habe ich ihn an jetzt wollte ich nämlich den diamanten machen jetzt haben die nämlich alle noch die verstärkung also gefühlt habe ich jetzt hier schon ähm mehr zu zusammengekriegt als gerade in dem kampf oder? da kommt mir erst mal nur so vor das war auch schön ich wollte gerade sagen das war schön wenn der mal da verschwindet das war schön wenn der wenn wir den gelben da mal loswerden würden die dann noch nicht das war schön da machen wir die nochmal ja au sehr schön ja das sind so Kombos die braucht man wenn das mal immer so klappen würde machen wir jetzt den nochmal einmal dazu äh ja machen wir das mal so ah faszinierend bin ich sogar über die eine eine Milliarde gekommen ich habe eine Milliarde Schaden gemacht geil ach schade ja zweiten Angriff über eine Milliarde das hat er auch schön ich habe den höchsten Angriff von allen gemacht gut äh jo nehmen wir das Team nochmal naja gut funktioniert machen wir nochmal eine Milliarde vielleicht schaffen wir jetzt auch eine Billion wer weiß das schon oh guck dir das an hier what the fuck ich kann eigentlich muss ich das schon so spielen eigentlich muss ich das machen aber mach ich nicht so jetzt haben wir jetzt haben wir die Schwachstelle wunderbar zentriert das ist eine Sache die mir jetzt natürlich sehr gut gefällt eigentlich mal gucken aber ach jetzt kommen meine Matches an den Seiten was Quatsch aber es ist auch kein Blau mehr da blau ist gone blau ist gone äh ein bisschen Combo ja vielleicht nur irgendwie was Blaues rein okay da nicht aha aha da war es ja das wollte ich sowas wollte ich ich mache ihn einfach auch immer mit an für für Schaden nochmal hier ich kriege kein Blau mehr das ist das Problem ich mache jetzt wieder hier meine meine Tornados für für Null Bewegung aber das hilft natürlich dann auch nur bedingt jetzt haben wir da wieder ein bisschen Action gehabt was heißt das dann machen wir jetzt den auch noch ja perfekt komm an die Trilliarde komme ich ran gut wir haben mal den hier so ja machen wir den auch noch ich weiß ich habe viel Mana aber was soll es ich bin verschwenderisch gerne auch nicht dazu machen da ja dann machen wir den hier ja dann kommt ein Combo Combo in Blau hättest du ja mal irgendwie machen können ne da hättest du ja jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen ich glaube das wird mit der Trilliarde schaden nichts ich habe hier irgendwie ein schlechtes Gefühl wir sind knapp an der Trilliarde vorbei schade 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 ok nehmen wir was anderes nehmen wir jetzt mal Athena raus und packen dafür mal Selimene rein ja Jot brauche ich ich könnte ich könnte eine 370er Alexandrine mitnehmen weiß ich aber nicht ob das so klasse ist ne weiß ich nicht für den elementaren Defense Down habe ich natürlich auch noch meinen Nordry für den Defense Down habe ich auch noch Frank der hat aber das gleiche wie Selimene ich habe Gunnar ich würde mal sagen wir nehmen noch ihn mit ich überlege gerade wo ich ihn hinstelle ich stelle ihn glaube ich da hin ich glaube mit ihm kann ich die Quadrillionen an Schaden machen der ist gut ich könnte womöglich hinhauen ähm vielleicht kann ich ihm auch die geben ne fällt mir mal so ein Jot hat jetzt genau die gleiche Angriffstruppe wie Selimene vielleicht sollte man das mal tauschen dass Selimene den hat die hat die kriegt ja wenn dann sowieso die ganze Zeit obwohl ne sie kriegt keinen Mana das kriegt er dann mache ich das wieder anders ok ja auf geht's schön ich kann also ich würde mich gerne aber ich kann mich nicht über die Schwachstellen beschweren die sind schön zentral der Rest fluckt halt noch nicht ich mache mal hier einen Match rein na schau hätte er sein können dass da was kommt aha oh schön gut kann ich nämlich alle eigentlich alle feuern jetzt muss ich nicht so wie bei Athena dann warten damit der Defense Down sich nicht resettet und so jetzt kann ich hier völlig losgelöst einfach reinknallen so wie wir es immer mögen mal rein da ja so so nicht also es müssen dann auch schon irgendwie blaue Steinchen kommen was war das denn na Junge das war ja nix also ich kriege tatsächlich jetzt wieder hier auch wenn das ist halt das traurige die die Schwachstelle ist schön zentral oh das war das ist jetzt gut die 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 Schwachstelle ist sehr schön zentral aber dann dann kommt auf einmal nichts ja sicher ja klar ich ich war ach ja jetzt hat er sich das alles selber hier zerstört das glaubst du auch selber nicht Junge 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 wie schlecht konnte man das denn da jetzt mit einem Diamanten machen sind wir mal ehrlich wie schlecht wie schlecht konnte man das jetzt machen also im Sinne von ähm dass er das hier sich so so zurecht gedreht hat ne das war ja richtig schlecht naja komm ich hab nichts mehr hier ah knapp an der quadrillion vorbei shit ey man 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 soll ich auch ein Pengi mal nehmen so wie sieht's denn aus jo wir sind schon top 1 ja wir sind schon überall top 1 ja easy kann ich schon aufhören ach mythische Titanen die sind für mich einfach nur Quatsch ja es kann damit absolut gar nichts anfangen ähm ja wir kriegen jetzt langsam hier ein Problem ich muss hier die Hurricanes hinfeuern eigentlich müsste ich die nebeneinander stellen könnte ich auch machen ich arrangier das mal ein wenig ach jetzt hab ich sie ja klar ich muss sie ja alle weg machen ich arrangier das mal ein wenig anders damit ich wenn ich ein Hurricane spiele auch die Dullis hier die alle gleichermaßen gedamaged sind kriege ah du bist ja dritte Dulli im Angebot dann so ne warte mal wir machen das so und so dem Team spielen wir aber nochmal weiter äh du kriegst die du kriegst ach so äh ja ne doch machen wir es mal so ne machen wir anders geben wir die Magni du brauchst dein Mana okay dann auf geht's wieder zentral also ich bin schockiert ich bin echt schockiert so dann wollen wir mal wieder frisch ans Werk ach okay so mal hier ja da kommt jetzt nicht so viel na wir machen den Hurricane auf die Damage machen dann hier ne ich weiß ich verschwende zwischendurch auch viel Mana und sowas weil ich die Hurricanes mache und dann mache ich einen Wirbelwind und dann hast du nicht gesehen das weiß ich alles das ist mir aber auch weißt du was das ist mir aber auch was von egal ich mache das einfach nur um Brust abzulassen bei den Items für mehr mache ich das nicht einfach mal um alles völlig los einfach mal nicht denken einfach mal völlig reinballern einfach es wird jetzt vielen sauer aufstoßen ich weiß es tut mir leid dass ich da eure Weltbild verletze aber das ist mir eigentlich eher wie sieht das denn jetzt mal aus können wir das jetzt auch mal hier kombinieren was wir haben wir haben so viel blau warum kombinieren wir das denn nicht mal spiel danke schön danke schön das war nett ich mache das jetzt einfach mal sowieso betäubt der Hampelmann mit den Items durch 50 Sekunden vor Ende und haben einfach irgendwie nichts geschafft das ist natürlich auch gut ich glaube hier kriege ich keine Quadrillionen an Schaden warum leider den Angriff haben wir alles gesetzt ich kann auch nicht mal mehr in die Schwachstelle spielen ja das war gut das war sogar noch aus der Situation noch das beste ja gut gut mach weiter vielleicht kommen wir an die Quadrillionen noch ran hier oh und wir haben sogar ach er schwächt die Schilde ach du gönnst aber auch dann gar nicht ach Zeit ist auch noch um ach da ist ja wieder alles zusammengekommen was zusammenkommen kann so wir trennen uns jetzt mal von ihm hier glaube ich ich glaube ich hole mal Alexandrine komm wir holen mal die gute Frau oder sollen wir nochmal mit Athena ne Athena ist er für Defense Down ne ich brauche ja Schild Verstärkung da ist er so eigentlich kann ich dich dann aber auch wieder hier hinten hin platzieren so warum nehmen wir sie mit weil stellt pro äh Eisschild ne hier verändert die kritische Chance oder Genauigkeit aller Eisschilder auf dem Feld wenn wir sie wirken haben sie 45% kritische Chance das ist das was wir wollen deswegen sind wir hier wir haben hier einen Defense Down normaler Defense Down wir haben Selimene Selimene nehmen wir nochmal mit die hat ja hat ja eigentlich gut Bums die würde ich sogar tatsächlich permanent von einem Franz vorziehen äh von einem Frankfurt ziehen wenn ich ehrlich bin Frieda ja eigentlich können die bleiben die sind ja nicht so schlecht die drei kriegen sowieso den Hurricane von mir aus können wir auch das so machen dann haben wir die beiden Luschen wieder nebeneinander so so mir auch so ja wir tun's wir tun es einfach so die beiden Lulis kriegen da jetzt ah schön sogar mit der ersten mit der ersten Kombo dann voll das ist natürlich das was wir sehen wollen und wieder die Schwachstelle in der Mitte also naja ich beschwere mich immer über die Schwachstelle aber diesmal diesmal kann ich das echt nicht machen ich würde ich würde vielleicht gerne aber ich kann's nicht so was haben wir hier okay hier warte mal ja doch mach mal machen das so das war kritisch da war kritische Sache am Start wie wär's denn jetzt mit genau kritisch oh da war viel blau hast du gesehen viele viele blaue also ja klar blau aber vom Schaden her ich weiß was ich meine da war viel viel blau jetzt kommt kein blau hallo ich brauche blau hallo ja sowas das ist blau genau sowas brauche ich ja sowas brauche ich weiter ja weiter immer weiter aufhören immer weiter dann machen wir mal so ein Match ach man ich glaube die Milliarde Schaden kann ich mir jetzt ja auch wieder von der Backe schmieren ich brauche blau zöger wir brauchen blau ich habe kein blau aber noch nicht mal ansatzweise irgendwo blau also klar habe ich schon aber können wir noch dieses Match in die Schwachstellen danke 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 ah nein ich habe Silly Mane nicht mehr gekriegt also die Schwachstellen sind gut aber zwischendurch ist das Board halt echt schlecht naja ich nehme jetzt noch mal aus minus 10 aber wir können noch den Hipp und Miriam und Krampus die dauern mir zu lange mit ihren Minions dann wegen Attack ab dachte ich jetzt so ne Nilfährt ach ne eigentlich Sobek hat auch minus dann können wir einen Kobalt mitnehmen oder wir nehmen Pengi mit aber ja eigentlich nicht eigentlich nicht ich habe eine Glenda auf 1-1 das wird mir auch nichts bringen weil es ist dann zu schlechter Angriffsschaden und sowas alles ne wollen wir denn hier irgendwas noch was uns vom Special irgendeinen weiteren Vorteil bringt Bank wie gesagt für Silly Mane da lasse ich definitiv meine Silly Mane drin die kann von mir aus beim Minus weiß weiß ich was das höchste ist sein die würde ich immer noch einem Frank vorziehen glaube ich Isania yo komplett nackig kann ich nicht rausnehmen reinpacken für eine Silly Mane mit doppeltem Limit Break das geht nicht für einen Wukong mitnehmen ach wir spielen einfach nochmal so und fertig komm let's go wenn wir unsere 600.000 da machen 600.000 700.000 dann ist das ja das ist ja egal das schöne ist wirklich also die die Schwachstellen sind an einem passablen Ort und was ich festgestellt habe ist die Kombo am Anfang wenn ich den ersten Hurricane mache ja doch die sind ja dann nicht voll aber ich kriege dann immer noch ein Folge match sowohl in blau als auch in grün das muss ich ja mal sagen das funktioniert der Rest eher so naja der ist halt da aber so wie jetzt zum beispiel jetzt haben wir wieder so gar nichts ne das ist halt immer das was so dann sehr frustriert wenn du deine items da ballerst kommt halt nichts das ist so das was mich beim mythischen titan jetzt gehen beide diamanten auf einmal das ist das was mich beim mythischen titan immer am meisten nervt irgendwie du machst diese dicken fetten items mit ganz viel Wortbewegung aber am Ende des tages passiert dann irgendwie gar nichts meistens bei mir wenn ich mir jetzt wieder andere angucke da sieht das dann bei jedem hurricane den die machen so aus genauso mit noch mehr blau was sie dann haben und dann gucke ich wo stehen die im leaderboard ach die stehen ja ganz oben was ist das denn für ein zufall es geht mir noch nicht darum um den perfekten Einsatz der ganzen items und sowas darum geht es wirklich es geht mir einfach nur um das glück bei den kombos und da sind viele leute deutlich glücklicher als ich deutlich ich mach das jetzt absichtlich mal so hier drunter ah ok perfekt weil ich wusste dass ich in die schwachstelle spiele und dass mir dann erstmal nichts passiert das heißt wir ach jetzt ist er ganz aus ich hab ja eh nichts mehr geiles aber wir haben noch mal wir sind noch mal an die billionen schaden rangekommen mach doch mal schneller hier hallo schön da kommt noch was blaues nach sehr gut ja kobalt gifried was war das denn jetzt wer in den kobalt musstest du nochmal ne gesamtschaden wir sind sogar dreistellig im gesamtschaden also von der platzierung her also hier wird nichts mehr dazukommen also wenn ich hier kann es theoretisch sein ich weiß es nicht ich könnte mir vorstellen top 5% weiß ich nicht aber du siehst wie was ich für eine ausgangslage bei blauen helden habe für einen titan ne das ist nicht das das beste also am gesamtschaden werde ich nichts mehr ändern können da werde ich nichts höheres mehr hinbekommen das heißt dass ich eigentlich dann ach jetzt ist die jetzt ist das erste mal richtig kacke hier dass ich im endeffekt dann nichts mehr verbessern kann ich werde im gesamtschaden nicht besser werden und mit dem score meiner angriffe bin ich wahrscheinlich wieder safe top 1% also bin ich im grunde genommen mit den neuen angriffen durch weil ich kann mich halt nicht mehr verbessern ich kann halt wenn dann nur gucken jo allianz braucht noch hilfe aber das werden sie nicht weil die sind alle in der regel besser beim roten als ich also ich würde jetzt mal behaupten ich bin was den roten titanern geht einer der schlechtesten worden ist so aber ich muss halt auch wirklich sagen ich kriege halt auch wenn du normale rote titan bei mir anguckst wo wir es mit den ohren schlackern und sagen wer hat die blauen teile geklaut das schreibe ich jedes mal also es ist ja ich spiele ja nicht mit den items bei normalen titan so ist ja auch klar aber ich frage mich halt manchmal wo sind die denn auf einmal hin weil da ist dann halt wirklich niente ne und das ist dann halt schon immer ein bisschen sehr sehr strange was ist eigentlich gerade gar nicht also dafür dass wir schon so weit fortgeschritten sind was unser was unseren damage am team angeht ist das eigentlich okay was hier gerade so passiert oder obwohl wenn die wenn die schwachstelle jetzt weiter in der mitte wäre dann hätten wir deutlich mehr schaden gemacht aber da dem nicht so ist das das ist nicht der beste aber ist jetzt auch nicht mein schlechtester angriff komischerweise ja weg doch von mir aus die zwei steine die da sind tu es doch einfach geben wir den diamanten ein okay einen haben wir noch die nächsten kommen dann in zwölf stunden das interessiert mich dann nicht mehr so sehr okay nehmen wir mal job mit obwohl mit alexandrine lief eigentlich gar nicht mal so schlecht was du noch machen könntest wir nehmen den anderen kobalt mit ja und weißt du was frida geht auch raus und nordic kommt rein ach wobei eigentlich eigentlich bräuchte es wir machen das so und fertig komm let's go letzte rutsche schwachstelle ist naja Problem sehe ich eher ähm bei der Anzahl an blauen Steinen die jetzt hier irgendwie gar nicht vertreten sind erstmal in den in den Flow hier so ein bisschen reinkommen so jetzt verstecken sie sich alle am anderen Ende ja gut versteckt euch geht doch mal da rüber da ist die schwachstelle da müsst ihr hin naja der Angriff der wird definitiv nichts naja da wird nix dafür dass es ich würde jetzt mal sagen dass es mit Abstand das schlechteste äh bohrt und die schlechtesten Züge die er machen konnte weißt du die schwachstelle ist hier und er zieht mir mal die ganzen blauen Steine darüber ähm ja ne das ist das ist mit Abstand das schlechteste schon hier da wird auch nicht mehr viel drin sein kriegen wir höchstens nicht mehr eine Milliarde sondern eine halbe Milliarde an Schaden mehr wird das nicht ich wollte gerade sagen dieses Match hier in der Kombination hätte natürlich dafür gesorgt dass wir an die Trillionen rangekommen wären aber so ah schade ach die zwei macht da noch nicht ach krönender Abschluss haha gut okay das soll es gewesen sein vom ähm mythischen Titan Ifrit äh haben wir es haben wir wieder die Materialien rausgeballert einmal Aggressionen rausgelassen Platz 427 nicht schlecht guck mal hier wir haben 20 Millionen und wir haben 7 Milliarden ja also wir sind weit voraus wir sind ganz weit voraus also im Moment oben Spritz Gypsy Danger ja Gypsy Danger verteidigt ich bin gespannt mhm hier wird es kritisch also hier bin ich mir halt nicht sicher ob ich hier tatsächlich äh Top 1 lande aber das ist halt auch der einzige Titan ne oder der der einzige mythische Titan wo ich Zweifel habe ob ich da Top 1 mit meinem Topangriff lande weil meine blauen Helden einfach Murk sind und das juckt mich so wenig dass ich da noch nicht mal jetzt ein schlechtes Gewissen habe dass ich die nicht verbessere ja also er geht mir wirklich halt völlig am Arsch vorbei der mythische Titan deswegen ähm wir gucken einfach wir hoffen auf Top 1 und wenn nicht dann äh es ist glaube ich das zweite Mal in meiner mythischen Titan Karriere dass ich Top 5 bin aber dann mit dem Top Angriff ich glaube einmal war es ganz am Anfang der zweite oder dritte da war ich Top 5 mit meinem mit meinem Top Angriff der Top Gesamtergebnis ist easy das ist nicht das ist nicht schwer also für mich aber auch mit neuen Angriffen ne aber da bin ich skeptisch wir werden das sehen ok dann Freunde vielen Dank fürs Zuschauen euch viel Glück bei euren neuen 12 Angriffen wie viel ihr auch immer macht ähm ich werde keine weiteren machen im Video wenn ich sehe yo wir müssten für Allianzplatzierung oder sowas dann äh würde ich da noch was machen aber aktuell sind wir auf 49 Top 100 ist das Ziel ja perfekter Platz 69 also wir sind über dem Ziel im Moment von daher alles alles im Lot da kann ich auch bei meinen neuen Angriffen rein theoretisch stehen bleiben aber wir werden es sehen wie gesagt wenn dann mache ich es noch nur offline ok wir sehen uns macht's gut ciao ciao wir sehen uns